Lebenmitzel Die Diagnose systemischer Lupus-Elthematodes ist für viele Betroffene im ersten Moment ein Schock und mit einer ganzen Reihe von Emotionen und Befürchtungen verbunden. Warum gerade ich? Werde ich wieder gesund? Kann ich weiterhin arbeiten, mich um die Familie kümmern, meinem Alltag nachgehen? Werde ich den Rest meines Lebens starke Medikamente nehmen müssen? All diese Gedanken und Gefühle sind normal und werden wahrscheinlich im Verlauf der Erkrankung immer wieder einmal auftauchen. Und sie sind auch nicht unbegründet, denn tatsächlich handelt es sich beim Sle um ein schweres chronisches Leiden, das zumindest bislang nicht ursächlich heilbar ist. Dank neuer Medikamente lässt sich die Erkrankung aber heute relativ gut behandeln und kontrollieren. Wichtig zu wissen ist auch, dass das Sle meist in Schüben verläuft und längere, symptomfreie Intervalle von Monaten oder Jahren keineswegs ungewöhnlich sind. Hinzu kommt, dass der Verlauf mit zunehmendem Alter oft milder wird. Nichtsdestotrotz hat ein systemischer Lupus-Eltematro des gravierenden Einfluss auf den Alltag der Betroffenen und erfordert je nach Schweregrad eine mehr oder minder radikale Umstellung des Lebens. Da die Erkrankung eine kontinuierliche Behandlung erfordert, mit Medikamenten, die Nebenwirkungen besitzen, und weil die Therapie auch immer wieder an den momentanen Gesundheitszustand angepasst werden muss, hilft ein enges, vertrauensvolles Verhältnis zwischen Arzt und Patient, die Lebensqualität hochzuhalten. Ebenso wichtig wie die medikamentöse Therapie der Krankheit selbst sind verschiedene Maßnahmen, welche die Behandlung des Sle und seiner Folgeerscheinungen unterstützen und einem erneuter Krankheitsschub vorbeugen. Dabei ist es von großer Bedeutung, dass die Betroffenen die Krankheit verstehen und, soweit das möglich ist, minus auch akzeptieren.